Happy Nick Granger und die magische Welt Eine Fanfiction von Zettel 96 Gelesen vom Mondniffler Hey, schön, dass du wieder eingeschalten hast. Wenn du jetzt schon das nächste Kapitel hören möchtest, darfst du sehr gerne Kanalmitglied werden, mich somit unterstützen und viele Shorts, Videos und Fanfictions schon im Voraus schauen und hören. Und nun viel Spaß beim Hören. Jahr 2, Kapitel 15 Dornröselnschlaf Wärme durchdringt mein Körper. Mein Gehirn beginnt wieder zu arbeiten. Langsam beginne ich wieder zu hören. Erst brummt es nur und dann nehme ich gedämpft Stimmen wahr. Mr. Potter, Miss Granger wird doch etwas benötigen, um Kompil aus Ihrer Versteinerung aufzuwachen. Ziehen Sie sich bitte vorher um. Sie wollen jedoch sicherlich keinen Schrecken einjagen. Das ist die mir altbekannte Stimme von Madame Pomfrey. Wo bin ich? Was ist passiert? Noch immer sehe ich nichts. Bewegen ist unmöglich. Langsam beginnt es in meinen Gliedern zu kribbeln. Es beginnt bei meinen Zehen und den Fingerspitzen. Und dann zieht es bald durch den gesamten Körper. In meinem Kopf dreht sich alles. Penelope und ich sind aus der Bibliothek zum Quilitschfeld gegangen. Und was ist dann passiert? Dann fällt es mir wieder ein. Gelbe, blitzende Augen. Ich bin tot. Ich habe den Basilisken in die Augen geschaut. Ich bin gestorben. Wann wird sie wieder ansprechbar sein? In gut einer Stunde. Bitte, Mr. Potter. Ziehen Sie sich um und gehen Sie zum Fest. Ich schicke Miss Granger dann sofort hinterher. Ich bekomme wieder ein Gefühl in meinen Händen. Ich kenne doch diese Stimme. Harry. Ich bin nicht tot? In Ordnung, sagt Harry weit entfernt. Sie haben wohl recht. In seiner Stimme klingt Belustigung. Was ist passiert? Verzweifelt versuche ich meine Kiefer zu bewegen. Doch mir gelingt keine Bewegung. Ich will schreien. Pass auf dich auf. Das Monster ist ein Basilisk. Doch meine Kiefer bleiben steif. Ich höre, wie die Tür zum Krankenflügel erneut aufgestoßen wird. Miss Weasley. Ich habe Sie schon erwartet. Der Direktor hat mich bereits unterrichtet. Legen Sie sich auf das Bett dort. Ich habe einen Steckungstrang vorbereitet. Ihre Schritte werden leiser. Miss Weasley? Ginny. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ginny hat den Basilisken auf mich und Penelope gehetzt. Sie war diejenige, die die ganzen Schüler angegriffen hat. Langsam kommt mein Augen nicht wieder zurück. Ich sehe die gefließte Decke des Krankenflügels, die vom Schein der Fackeln an den Wändler hält wird. Es ist also Nacht. Wie lange war ich versteinert? Ich bekomme langsam wieder ein Gefühl in meinen Arm und bewege ihn vorsichtig. Ja, ich bin definitiv nicht tot. Trinken Sie diesen Trank, Miss Weasley. Er wird Sie stärken. Ginny, was ist nun mit dir passiert? Was hat... Du weißt schon, wer mit dir angestellt. Höre ich die verzeiherte Stimme von Mrs. Weasley. Nun lass sie doch erstmal ausruhen, Molly. Sie ist ganz geschafft von den Ereignissen. Das ist Mr. Weasley. Ich... Ich habe Ihnen das alles angetan. Ich habe Sie versteinert. Schlucht Ginny laut auf. Ich kann nun wieder meinen Kopf bewegen und drehe ihn zur Seite, an der vorhin Harry gesessen haben musste. Auf meinem Nachttisch stehen frische Blumen. Eine Uhr, die drei Uhr nachts anzeigt. Und Schokofrische. Entschuldigen Sie mich bitte, Miss Granger kommt gerade wieder zu sich. Rufen Madame Pomfrey und ich höre, wie sie auf mich zugeschritten kommt. Sie tritt an mein Gesicht heran. Miss Granger, können Sie mich hören? Ich versuche, ihr zu antworten. Meine Kiefer bewegen sich zwar, aber es kommt kein Ton aus meiner Kehle. Verängstigt schaue ich sie an. Kann ich wohl nie wieder reden? Machen Sie sich keine Sorgen. Innerhalb einer Stunde sollten Sie wieder komplett hergestellt sein. Miss Clearwater! Ruft sie und lässt mich wieder alleine. Ginny kommt nun zu mir hinüber. Ihr Gesicht ist leicht und blass und ihre Augen sind rot und aufgequollen. Hermine, es tut mir unendlich neid, was ich dir angezahnt habe. Schlucht sie und zieht den Stuhl an meinem Bett. Es war das Tagebuch. In ihm war der Geistern voll... Du weißt schon wem. Und er hat von mir Besitz eingriffen und mich in die Kammer öffnen lassen. Es tut mir so leid, was ich angetan habe. Wieder stuckt sie laut auf. Erneuer versuche ich zu sprechen. Was ist Harry, Ron? Presse ich unter größter Anstrengung heraus. Er und Ron haben den Zettel in deiner Hand gefunden. Sie konnten das Rätsel lösen. Harry ist mit Ron und Lockhart in die Cover hinabgestiegen, um mich zu retten. Ich war die meiste Zeit, die war ohnmächtig. Du weißt schon, wer wollte meine Lebenskraft haben, um sich selber wieder zu beleben. Doch Harry hat ihn aufgehalten. Forks, Dumbledore's Phoenix ist erschienen und hat Harry den sprechenden Hut mitgebracht. Dann hat er dem Basilisken die Augen ausgepikst, damit er nicht mehr mit seinem Blick töten kann. Beim Kampf hat Harry sich als würdig erwiesen und konnte aus dem sprechenden Hut das Schwert von Gryffindor ziehen und hat damit den Basilisken getötet und das Teigebuch mit dem Basilisken-Zahn zerstört. Ist ihm was passiert? Krächze ich. Ginny zögert. Ist was passiert, Ginny? Krächze ich erneut. Dieses Mal war wütender. Bei dem Kampf gegen den Basilisken hat Harry einen Zahn in den Arm bekommen. Sie stockt. Das Gift des Basilisken ist eines der tödlichsten Gifte, die überhaupt bekannt sind. Harry ist also tot. Eine stumme Träne rollt aus meinem Auge. Eine Leere macht sich in meinem Herzen breit. Es geht Ihnen gut, erklärt Ginny, als sie meine Träne bemerkt. Forks, der Phoenix, hat auf seine Wunde geweint und hat ihm damit das Leben gerettet. Sie wischt die Träne aus meinem Gesicht. Erleichtert rolle ich mich auf den Rücken und stoße einen Seufz in Erleichterung aus. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Auch nach dem, was alles passiert ist. Sagt sie noch leicht schluchzend. Ich habe dir und den anderen furchtbare Dinge angetan. Es ist nicht mehr gut zum... Ginny, es ist okay. Es war Voldemort und nicht du. Ich verzeihe dir. Sage ich und bin gleichzeitig überrascht, dass meine Stimme sich wieder normal anhört. Danke, Hermine, schluchzt sie. Das bedeutet mir viel. Du solltest dich trotzdem bei den anderen entschuldigen, sage ich und versuche zu lächeln. Ja, ja, das stimmt. Das sollte ich. Gibt sie zu und erhebt sich. Nach gut einer halben Stunde und einem Stärkungstrank bin ich wieder bereit aufzustehen. Vorsichtig tapse ich ein paar Schritte durch den Raum. Mrs. Weasley eilt sie mir hinüber und stützt mich bei meinen ersten Schritten. Lass dir helfen, meine Liebe. Ruf sie warmherzig und fühlt mich im armlichen Raum. Wie lange war ich versteinert? Frag ich bei dem Pomfrey, nachdem ich wieder alleine vernünftig laufen kann. Sie und Miss Clearwater waren gut zwei Monate versteinert. Sagt bei dem Pomfrey. Mr. Fletchley und Mr. Creepy waren viel länger versteinert und deshalb brauchen die beiden noch etwas länger, um wieder aufzutauen. Ich schaue zu den beiden hinüber. Justin beginnt gerade dabei, sich aus dem Bett zu erheben. Genie hat ihm und Colin gerade noch einmal von Harrys Heldentat in der Kammer erzählt und wer die beiden angegriffen hat. Ich muss mich bei Harry entschuldigen, ächzt Justin und versucht sich zu erheben. Madame Pomfrey drückt ihn aber zurück in sein Bett und reicht ihm ein Stärkungstrank. Mr. Potter und Mr. Weasley sind gerade noch im Gespräch mit dem Schulleiter. Sie sind gerade noch nicht zu sprechen, erklärt Madame Pomfrey. Sie werden doch nicht rausgeschmissen, quietscht der kleine Colin, der im Bett neben Justin liegt. In diesem Moment wird die Tür zum Kalkenflügel aufgestoßen. Ron kommt herein und zieht Lockhart hinter sich her. Hermine, schön, dass du wieder da bist, ruft er und umarmt mich umgeschickt. Ja, schön, dass du wieder da bist, Hermine, sagt Lockhart und schüttelt mir die Hand. Äh, danke, Professor, sage ich verdattert und werfe Ron einen verwunderten Blick zu. Er hat seinen eigenen Vergessungszauber abbekommen. Er wollte Harry und mein Gedächtnis löschen und sich eine Geschichte ausdenken, in der er wieder der Held ist. So wie er es immer getan hat, erklärt er lauter als allen, die im Raum stehen. Mrs. Weasley wird rot vor Zorn und verpasst Lockhart eine Backpfeife. Einen Vergessungszauber, ja? Sagt mir den Pompfrey, um den gutachtet Lockhards Augen. Nach einiger Zeit schüttelt sie den Kopf. So einen starken Vergessungszauber habe ich noch nie gesehen. Das übersteigt meine Fähigkeiten. Ich lasse ihn in Sandmungo bringen. Lockhart brabbelt noch einige unmisserstattliche Worte, bevor er ihn in sein Bett buxiert und ihn daran festbindet. Hast du schon gehört, was Harry in der Kammer getan hat? fragt Ron an mich gewandt. Ja, er ist ein Held, schwärme ich. Ron geht nicht darauf ein. Wir beide werden ausgezeichnet und jeder von uns bekommt 200 Punkte für Gryffindor. Wir gewinnen dieses Jahr den Pokal. Alle Schüler dürfen zur Feier des Tages aus dem Betten. Es gibt ein Festmahl. Begeistert von dieser Nachricht klatschen wir alle in die Hände. Selbst die beiden aus den anderen Häusern freuen sich mit uns, denn niemand will, dass Slytherin gewinnt. Anmerkung aus dem Schnitt. Ich bin in Slytherin und freue mich mit Hermine und Ron auf jeden Fall nicht mit. Anmerkung over. Ron macht sich bald auf den Weg in die große Halle und lässt uns krank hier wieder allein. Ginny, Mr. und Mrs. Weasley bleiben noch bei uns, bis wir schließlich nach einer weiteren halben Stunde den Krankenflug wieder verlassen dürfen. Voller Vorfreude betrete ich die große Halle und suche sofort den Gryffindor-Tisch nach Harry ab. Es dauert nicht lange, dann entdecke ich ihn. Auch ich bin ihm inzwischen aufgefallen und er hebt sich aus seinem Stuhl. Begeistert laufe ich auf ihn zu. Du hast es gelöst! Du hast es gelöst! Rufe ich und springe ihn an. Nicht ohne deine Hilfe, sagt er in die Umarmung hinein. Wie meinst du das? Ohne dich hätte ich das Rätsel nicht lösen können. Lacht er, löst sich aber nicht aus der Umarmung. Ich habe Dumbledore davon erzählt und auch du wirst ausgezeichnet. Ich? Nee, die andere, Hermine Granger. Ich glückse vor Lachen. Hinter uns räuspert sich jemand. Ich habe vergessen, wo wir sind und Harry scheint es nicht anders zu gehen. Schnell lösen wir uns wieder aus der Umarmung. Die ganze Schule hat uns angesehen und ich werde rot. Justin hat sich hinter uns geräuspert und geht nun auf Harry zu. Harry, es tut mir und Ernie unendlich leid, dass wir dich verdächtigt haben. Er schüttet Harrys Hand und entschuldigt sich noch gut zehnmal, bevor er sich endlich wieder verzieht. Erst jetzt hält mir auf, dass alle Schüler in Schlafanzügen gekleidet sind. Sie wurden anscheinend geweckt, um an diesem Fest teilzunehmen. Nun erhebt sich Dumbledore vom Lehrertisch. Schnell setzen Harry und ich uns wieder auf die Plätze. Nun, da wir nun alle unsere Liebsten wiederhaben und einige Entschuldigungen ausgesprochen haben, haben wir einige Ankündigungen zu machen. Leider ist es Professor Lockhart nicht mehr möglich, uns im nächsten Jahr beizuwohnen. Er wird sich auf Reisen begeben, um sein verlorenes Gedächtnis wiederzufinden. Nun, ich habe Professor McGonagall versprochen, dass sie die nächste Ankündigung machen darf. Er fuchtelt mit seiner Hand hinüber zu Professor McGonagall und setzt sich wieder hin. Professor McGonagall erhebt sich und setzt ein Lächeln auf. Noch nie habe ich sie so strahlen sehen. Nun, durch besondere Umstände und einige Heldentaten, die einige unserer Schüler vollbracht haben, haben wir uns dazu entschlossen, dieses Jahr die Abschlussprüfungen ausfallen zu lassen. Das ist ein Geschenk der Schule. Um mich herum beginnt ein Jubelsturm. Oh nein, keuche ich. Ich habe mich, die letzten zwei Monate ausgenommen, intensiv auf die Prüfungen vorbereitet. Und jetzt sollen die ausfallen? Andererseits bin ich froh, um dir keinen Stress mehr machen zu müssen. Hermine, du warst zwei Monate versteinert. Lass es dir die nächsten Wochen mal gut gehen und mach dir keinen Stress mehr. Streit mich Harry an. Während der Feuer berichten mir Ron und Harry davon, dass Hagrid verhaftet wurde, bevor sie ihn über das Munster ausfallen konnten. Er hat uns in den Wald gesteckt zu seiner Riesenspinne. Er nennt sie Aragog. Erzählt Harry. Es war nicht nur eine Spinne, sondern hunderte, wimmert Ron. Und sie haben uns angegriffen. Ich munze bei den Gedanken, wie Ron von einer Panikattacke in die nächste fällt. Der Fort Angelia von Rons Dad hat uns dann später vor den Spinnen gerettet und uns aus dem Wald gefahren. Begeistert höre ich mir noch ihre Geschichten an und vertilge eine Speise nach der anderen. Nach zwei Monaten Donrösens Schlaf kann man ja auch mal zuschlagen. Witzelt Harry. Die Stunden vergehen wie im Fluge und in den nächsten Morgenstunden wird die Feier nur für einen kurzen Moment unterbrochen, als Hagrid die große Halle betritt. Er wird begeistert von allen Schülern wieder in Hogwarts willkommen geheißen. Wahrlich alle haben sie ihn vermisst. Der Unterricht in den nächsten Wochen wird entspannt vorgesetzt. Die Stundenverteidigung gegen die dunklen Künste fallen komplett aus. Kaum, dass ich mich recht versehe, stehen wir alle mit unseren gepackten Koffern an Hogsmeade Bahnhof und steigen in den Hogwarts Express. Die Zugfahrt verbringe ich mit Harry, Ron, Ginny, Lavender und Pavarti. Wir üben die restlichen Stunden, die wir noch zaubern dürfen, Entwaffnung zauber. Harry ist mittlerweile richtig gut darin und jedes Mal schnippt er mir mit einer lockeren Handbewegung den Zauberstab aus der Hand. An der Absperrung angekommen, wende ich mich den beiden zu. Schreib mir bitte. Du weißt, dass es bei mir nur schwer sein wird, so hat Harry bedrückt. Nach dem, was du diese Schule vollbracht hast? Deine Verwandten müssen einfach stolz sein. Stolz? Bist du verrückt? Die werden verdammt sauer sein. Ich hätte dieses Jahr so oft sterben können und ich habe es nicht geschafft. Lachen durchqueren wir die Absperrung und ich umarme Ginny und Ron zum Abschied. Beide verabschieden sich noch von Harry und mir und allen dann zu ihren Eltern hinüber. Das sind meine Verwandten, sagt Harry und legt in ihre Richtung. Ich muss jetzt, sonst verbringe ich die Ferien hier, scherzt er und bewegt sie zu seinen Verwandten. Ich rufe dich an, rufe ich ihm nach und wir gehen noch hinterher. Hermine, ruft Mom hinter mir und umarmt mich. Schatz, ich habe dich gar nicht mehr erkannt, was ist mit deinen Haaren passiert? Nun begrüßt mich auch Dad und nimmt mir den schweren Koffer ab. Auf dem Weg zum Auto werde ich mit Fragen vom Mom bombardiert, bis Dad sie endlich bittet abzuwarten, bis wir zu Hause sind. Die Autofahrt überschweige ich und lasse das vergangene Jahr an mir vorbeiziehen. Jetzt wird mir erst richtig bewusst, dass ich fast gestorben wäre. Ich nehme mir fest vor, meinen Eltern auf gar keinen Fall davon zu erzählen. Wer weiß, hinterher nehmen sie mich sonst noch von Hogwarts, dem besten Ort ab. Ja Leute, das war das zweite Jahr von Hermine Granger und die magische Welt. Ich muss gerade wirklich mal kurz schlucken. Es ist jetzt einfach vorbei. Zwei Jahre habe ich jetzt einfach schon aus Hermines Blickwinkel vertont. Und ja, wir machen auf jeden Fall in zwei Wochen weiter mit dem dritten Jahr. Und das ist ja auch eines der Lieblingsteile von vielen Leuten. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch schon auf Teil 3 freut. Ich mich auf jeden Fall, und ich denke, das merkt man auch in meiner Stimme gerade eben, werde gerne Kanalmitglied für jetzt schon die erste Vertonung von Teil 3. Und bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.